Und jetzt haben wir hier eine strahlende Isabel Hettrich. Isabel, Mix, Doppel, deine beiden Disziplinen, wie läuft es denn so? Ja, bisher ganz gut. Also wir haben Mix unser erstes Spiel gewonnen und Doppel auch. Und ja, es kommen die nächsten Aufgaben, schauen wir mal. Was hast du dir insgesamt für die Meisterschaft vorgenommen? Ja, die Setzplätze erfüllen und im Mix ist vielleicht noch so die Chance aufs Finale da. Aber erstmal da hinkommen. Also heimlich denkst du bestimmt ans Finale und so. Und da müssen wir mal fragen, du warst früher immer mit der Inken Wienefeld unterwegs. Wie geht es dir? Der geht es gut soweit, ja. Die ist jetzt wieder zurück in Hamburg, hat jetzt dem Badminsport erstmal den Rücken gekehrt. Aber ist glücklich und der geht es gut, ja. Dann wünsche ich dir viel, viel Spaß und wir werden uns die Tage noch sehen. Danke.